Ja, meine erste Trommel. Das Körper habe ich schon ausgeschnitten. So sieht sie später noch aus. Und jetzt bin ich gerade drüber, die Bänder auszuschneiden, um das Ganze dann auch zu spannen. Ist im Kreisschneiden ziemlich anspruchsvoll, wie es geht. Die Haut ist dünn, flexibel, das lässt sich relativ gut schneiden. Ist machbar. Ja, ansonsten ist es ein wunderschöner Dach. Oberhammerwetter, wie bestellt. Also es ist bestellt, es war bestellt. Ja, ansonsten ist es gut.